so weiter geht's jetzt beides eingesammelt ja scheinbar schon warum sollte ich auch was in der kiste lassen so wie kann ich denn jetzt ins inventory hier ok equipment der rüstung ist besser als die die ich habe cool da kann ich jetzt omnigel draus machen und mit dem omnigel kann ich glaube ich türen öffnen ok sonst haben wir nichts eingesammelt gut dann lassen wir das mal den kodex gucken interessant und hier sehen wir eine karte ok der dickseid camp sehr gut gehen wir also in die richtige richtung glaube ich zumindest ist das die richtige richtung kommen wir daher oder gehen wir dahin ich glaube wir müssen hier runter ja 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 warum enter cover leider keine keine cyberpunk pistolen wo man einfach durch die wand feuern kann steht tiki take all ja hast du so geht das gut ja wir haben neue waffen wir haben ein assault rifle dass wir glaube ich aber kaum benutzen wir brauchen wenn eine pistole oder ein sniper das ist ein cooles sniper rifle nehmen wir das und du bekommst du bekommst das ist assault rifle ja so das ist die dig site the beacon was right here it must have been moved by who our side of the get hard to say maybe we will no more after we check out the research camp you think anyone got out of here alive if they were lucky maybe hiding up in the camp it's just on the top of this ridge it's just on the top of this ridge it's just on the top of this ridge up the ramps change of plans shepard it's a small spaceport up ahead i want to check it out i'll wait for you there looks like they hit the camp hard so it's a good place for an ambush keep your garden oh god there's still a lot what did the geth do to them what did the geth do to them oh 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 Meilenfresse, okay. So, ähm. Aha. So, wir kennen Elektronik, Decryption. Warum kann ich Sniper Rifles nicht hochleveln? So, wir haben Sniper Rifles nicht hochleveln. Sniper Rifles umgehen? Stand da doch. Warum kann ich die jetzt nicht hochleveln? Das verstehe ich nicht. Damping first and Infantrator reduces heatbuilder with pistols and sniper rifles. Ist okay, das geht schon mal. So, ich meine Increases Shield Capacity. Klingt gut. Okay. Der hat auch Punkte. Okay. Ähm. Ah. Okay. Ich muss. Okay. 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 Ich verstehe. Gut. Und Äh. Ashley. Ähm. Kammer. Und Kammer. 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 Jetzt, was ich am meisten gehasst habe. In diesem Spiel. Advanced Central Course. Use L to move. Press A and B to move inward. Okay. Ah ja. Yes. Okay. Oh fuck. Ich sollte aufhören, Granaten zu serfen. Ich sollte aufhören, Granaten zu serfen. Die Mariener haben sie lange genug genug für uns zu schützen. Sie gab ihre Leben für uns zu schützen. Niemand ist schützt. Die Zeit der Humanität ist geschlossen. In kurzem nur Ruhe und Korpsen bleiben. Was noch mehr kannst du mir erzählen über die Atache? Es ist so schnell passiert. In einer Sekunde haben wir unsere Werkzeuge. In der nächsten Zeit waren wir in der Hälfte, während die Geths aufhören. Agents der Destroyer. Oh boy. Oh boy. We just sat there. Too afraid to move. Until you came along. Did you notice a Turian in the area? I saw him. The Prophet. Leader of the enemy. He was here. Before the attack. That's impossible. Nylas was with us in the Normandy before the attack. He could have been here. I'm sorry. Manuel is still a bit unsettled. We haven't seen your Turian. We've been hiding in here since the attack. Can you tell me anything about the Beacon? It's some type of data module from a galaxy wide communications network. Remarkably well preserved. It could be the greatest scientific discovery of our lifetime. Miraculous new technologies. Ground breaking medical advances. Who knows what secrets are locked inside? We have unearthed the heart of evil. Awaken the beast. Unleashed the darkness. Manuel, please. This isn't the time. What's wrong with your assistant? Manuel has a brilliant mind, but he's always been a bit unstable. Genius and madness are two sides of the same corner. Is it madness to see the future? To see the destruction rushing towards us? To understand there is no escape? No hope? No. I am not mad. I am the only sane one left. I gave him an extra dose of his meds after the attack. Williams, take us to the spaceport. You can't stop it. Nobody can stop it. Night is falling. The darkness of eternity. Hush Manuel, go lie down. You'll feel better once the medication kicks in. Okay. Haben wir hier noch irgendwas, was wir einsammeln können? Hm. Ne. So. Ah, hier aber bestimmt. Ja. Ja, 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 ja. Pistole, Heavy Armour und ein Omnitol. Sehr gut. Dann wollen wir noch... Ah, gleich mal gucken. Ähm. Ähm. Äh. Ist die besser als die, die ich hab? Ich glaube eher nicht, oder? Ne. Macht zwar ein bisschen mehr Schaden, aber dafür ist sie ungenauer und überhitzt schneller. Äh. Äh. Omnitool. Shieldbonus. Äh. Mad Rechargebonus. Die kommen irgendwie... Tun sich nix hier. Heavy Armour. Das ist was für Ashley, oder? Ne. Ashley kann auch kein Heavy Armour tragen. Kann überhaupt jemand Heavy Armour tragen? Ne. Warte, warte, warte. Warte, warte. Das ist ein Foto mode. What? 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 ok mal den himmel mit drauf haben mir und das war ein bisschen bunter bisschen heller ein bisschen mehr kontrast da wisst nicht ab jetzt wird aber die tippe filter ok ok x ja b y x war das das ist natürlich auch cooler filter erstellen wir das mal ganz aus 0 ok ohne film grain ok blumstreng ok man kann alles heiden aber man kann kein kein das ist auch nicht schlecht ok gibt also ein foto wie komme ich jetzt wieder raus aus dem foto modus close so sehr gut so dann wollen wir gucken so 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 Oh, da machen wir mal Fotos von. So. Oh, wow. So, über die Schulter. Wir brauchen... Ich will im Hintergrund bitte das Schaf haben. Geht das irgendwie? Wow. Nee, geht nicht. Ah, so geht's. Okay. Cool. Cool. Wow. Okay. Gucken wir mal, ob wir die Tür aufkriegen. Ei, ei, ei. Ich bin sicher. Wir sind nicht in der Tür. Wir sind weg, wir sind nicht in der Tür. Ist es sicher? Sie sind weg? Du bist okay, jetzt. Keine Ahnung wird dich schrauben. Es sind alles, die Tür auf die Tür. Sie hätten uns bestimmt gefunden. Wir haben unsere Leben. Ich kann es noch nicht glauben. Als wir diesen Schiff gesehen haben, dachte ich, dass es alles vorbei war. Es kam gerade vor dem Atac. Ich wusste es war Probleme, als ich ihn sah. Wir haben uns einen Gelegenheit für die Tür. Sag mir alles, was du an der Atac. Die drei von uns waren in der Küche, als dieser Schiff kam. Wir sahen ihn und rief. Ich weiß nicht, was passiert mit dem Rest der Tür. Sie waren bei der Garage. Nach dem Spassport. Genau wo der Schiff kam. Keine Ahnung, dass sie überlebt. Du wirst das nicht. Wir überlebt. Wenn sie es überlebt haben, könnten sie eine Chance haben. Wir haben eine Chance. Wissen Sie etwas über den Protheian Beacon? Wir sind nur Farmers. Wir hörenen, dass sie etwas gefunden haben. Aber es hat uns nicht wirklich gehalten. Nicht bis jetzt. Was kannst du mir noch erzählen über den Schiff, die du gesehen hast? Ich war zu arbeiten, um es klar zu sehen. Ich denke, dass sie es nach dem Spassport land ist. Ich sage ihnen über den Schiff, Cole. Echt schrecklich. Es war ein Signal im Hintergrund. Es war ein Signal im Hintergrund. Es war wie ein Schrieg der Schiff. Nur, es kam von der eigenen Kopf. Es war wahrscheinlich versucht, zu blockieren die Kommunikation. Was es war, war es so, wie es sich durch meine Schiff kam. Es hat es nicht möglich gemacht. Ich muss gehen. Hey, Cole. Wir sind nur ein paar Barberinnen. Es sind Soldaten. Vielleicht sollten wir ihnen das Geld geben. Jesus, Blake. Du musst lernen, wenn du aufhörst. Hast du etwas zu erzählen, Cole? Einige Leute in der Spassport gingen eine kleine Schiff. Nichts großartig. In Behandlung für die Kosten, wir lassen sie die Package in unseren Schiff. Du bist die Verordnung, Cole. Wir sind nicht jemanden. Die ganze Zeit, ich weiß nicht, was in die Package ist. Ich dachte, dass es etwas gibt, was wir nutzen können. Ich habe eine Pistole. Ich dachte, es wäre gut, wenn diese Sachen zurückkommen. Aber wir werden wahrscheinlich mehr von ihnen ausführen, als wir wollen. Wir riskieren unsere Leben für diese Kolonie. Sie sind sicher, dass nichts anderes in hier kann uns helfen? Ja, es gibt noch etwas. Ich war es noch, nachdem es zu Ende war. Aber du wirst es wahrscheinlich mehr als ich. Wer ist dein Kontakt auf der Spassport, Cole? Was ist sein Name? Er ist nicht ein schlechtes Mann. Ich will ihn nicht in Probleme bringen. Besonders, ich bin kein Schiff. Er hat vielleicht etwas zu tun mit diesem ganzen Attacken, Cole. Wir brauchen seinen Namen. Das ist wichtig. Ja, okay. Du bist richtig. Sein Name ist Powell. Oder es ist die Doktor auf dem Spassport und er ist noch immer. Ich muss gehen. Glückwunsch. Okay. Dann haben wir jetzt eine tolle Pistole vielleicht. Mal gucken. Striker 2. Ah, da kommen die Waffen. Okay. Stinger 2 und Combat Sensor. So, siehst du. War echt zu schnell, wa? Nein. Oh, die ist tatsächlich besser. Okay. Wie kann man hier was upgraden? Okay. here. Ich muss das anders sein. Okay. Ich muss das anders sein. Aber ich muss das nochРunden sein, Ich würde ein anderes sein. Ich würde mich sicher nicht Oh, das ist fertig. Okay. Okay. Also die Kammern. Sneaking up on us like that nearly got you killed. I am sorry. I was hiding from those creatures. My name's Pal. I saw what happened to that Turian. The other one shot him. What the hell are you talking about? There were two Turians here. Your friend and another one he called Saren. I think they knew each other. Your friend seemed to relax. He let his guard down. And Saren killed him. Shot him right in the back. I'm just lucky he didn't see me behind the crates. We were told a Prothean beacon was brought to the spaceport. What happened to it? It's over on the other platform. Probably where that guy Saren was headed. He hopped on the cargo train right after he killed your friend. I knew that beacon was trouble. Everything's gone to hell since we found it. Where's that damn mothership showed up? And the attack? They killed everyone. Everyone. If I hadn't been behind the crates, I'd be dead too. How come you're the only one who survived? Why didn't anyone else try to hide behind the crates? They never had a chance. I was already behind the crates when the attack started. Wait a minute. You were hiding behind the crates before the attack? I... Sometimes I need a nap to get through my ship. I... I sneak off behind the crates to grab 40 winks where the supervisor can't find me. You survived because you're lazy? Tell me about this mother ship you saw. I've never seen anything like it before. It... It was huge. Landed over near that platform. The whole place got dark as it came down. And it was making this noise. This... This sound that bored right into your brain. That's what woke me up. The attack came a few minutes later. Your call is contact here on the docks. For the smuggling ring. What? No! I mean... What does it matter now? So I'm a smuggler. Who cares? My supervisor's dead. The entire crew's dead. Doesn't matter now, does it? Anything hidden nearby that we could use against the geth? A shipment of grenades came through last week. Nobody notices if a few small pieces go missing from the military orders. You greedy son of a bitch! We're out here trying to protect your sorry ass. And all you can think about is how you can rip us off? I never thought you'd actually need those grenades. Who'd want to attack Eden Prime? We're just a bunch of farmers. How was I supposed to know? Just give me the grenades. They're yours. Take them. My smuggling days are over, I swear. A lot of marines died here, Powell. Those grenades could have come in handy. If I were you, I'd think of some way to make it up to them. Yeah, okay. There is something else I was saving. Could be worth a fortune. Experimental technology, top of the line. Take it. I don't need it. I didn't want anyone to get hurt. Really, I'm sorry. Is there anything else you can tell me about the beacon? They brought it here this morning. We loaded it up onto the train and shipped it to the other platform. Hard to believe that was only a few hours ago. Feels like a whole other life. Tell me about the geth attack. It was quick. One minute that ship was descending, the next. Those geth were swarming over the platform. Thousands of them. They must have been inside that mother ship. They shot anything that moved. It was a massacre. We need to find that beacon before it's too late. Take the cargo train. That's where the other Turian went. I can't stay here. I need to get away from all this. Okay, we need to find out. We need to find out. Stick configuration. Default. Left-handed? Nee. Ich will wissen, wie genau die Keybindings sind. Steht hier nicht. Naja. Throw's. What? Woah. You pick this up. Pistole versuchen hier. Aaaaaaahhhhhh! Das war's für heute. So, ich will wissen, wie man sich heilt hier. Oh, Hard and Beef. Ah. Oh, Hard and Beef. Ah, so geht das. Amo Upgrade, Hammerhead Rounds, Chemical Rounds. Sehr gut. Ah, so schleicht man, okay. Okay. Ich weiß immer noch nicht, wie ich mich heile. Mal gucken. Da ich mich nicht alleine, äh, von alleine heile hier, werde ich mal einfach gucken, welches, welche Taste das ist. Jump, Repair, Boosters, Fire Cannon, Shoot, Move, Right, Move, Left, Forward. Move, Attack, Order, Rally, Last Weapon, Next Weapon, V, okay. Demolition Charges, the Geth must have planned it. Hurry, we need to find them all and shut them down. Wie auch immer ich das, äh... hinterm Rücken gemacht habe. Oh, shit. Verdammte Axt. Ah, okay. Na gut. Demolition Charges, the Geth must have planned it. Hurry, we need to find them all and shut them down. încewag. Undewag. infernal Charges, the Geth must have planned it. Let's go. He's able to find a place in general, Untertitelung. BR 2018 Oh, das ist doch wohl nicht zu fassen. Okay. Okay, letzter Versuch. Wenn das jetzt nicht klappt, dann machen wir nächstes Mal weiter. Oh, das ist doch wohl nicht zu fassen. Oh, das ist doch wohl nicht zu fassen. Oh, das ist doch wohl nicht zu fassen. Oh, okay. Okay, das ist ein cooler Punkt, um für heute aufzuhören. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, votet ab, was auch immer. Bis dann.